So, komm, spawn. Nächste Runde hier, TTT. Aber du hattest da noch ne Alka an der Hand, oder? Komm, ich kann dich bewegen. Ich hab meine Aufnahmen wieder an. Nächster Runde. Hallo. Hallo. Tschüss. Ah, 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 ah. Ähm, mich hat halt gewundert, weil Peter hat ganz laut geschrien, ich bin bei Shishyung und im nächsten Moment hab ich noch gesagt, soll ich dir was zeigen und dann sagt er, er schießt auf mich. Ja, ich hab nicht gehört wehen. Ja, ihr hört mir nie zu. Ich hab gehört, dass er gestorben ist, aber ich wusste nicht von wehen. Ah, ich hör die ganzen Zombies. Sind die Zombies? Auf der anderen Seite. Weil die fressen Kapuze. Auf der anderen Seite Zombies. Oh, ähm, innocent. Oh, da ist jemand gestorben. Ja. Ich hab den, den, äh, Shishyung getötet, weil er hier aus dem Fenster mit der Sniper auf einen gezielt hat. Ja, aber der kann doch nicht nochmal, ähm, ähm, ne? Äh, zielen ist kein wirklicher... Nee, der hat auch geschossen, also er hat auch einen Schuss abgegeben. Aber anscheinend war er innocent, dann tut's mir leid. Darf ich den Chip umbringen? Der hat nicht, war der hat nicht. Ich hab ihn getötet, aber er hat auf jemanden geschossen. Geschossen? Du hast gerade gezielt gesagt. Nein, er hat aber geschossen durch das Fenster. Oh, what the fuck, was ist los? Ted! Der schießt... Ja, okay, das ist Ted. Peter, was war das? Oh, oh, oh! Höpnau! Wer denn nun? Ja, hi! Oh! Höpnau! Wer schießt denn da? War ich nicht? Wer... Wer... Hä? Hast du gerade da einen erschossen? Max? What the fuck? Wen hast du gerade erschossen da? Du bist doch der Detektiv. Auf wen hast du denn gestoßen? Du hast doch auf irgendjemanden geschossen, oder? Wer lebt denn jetzt noch hier? Wer lebt denn hier noch? Keiner sagt was, weißt du? Also ist keiner mehr da. Nur ich und der Traitor noch, okay? Hilfe! Ich hab Angst! Was? Nein, war scheiße! Wer war denn noch Traitor? Ich geb nur einen. Krono. Ach so! Ach so! Und ich hab zwei... Ich glaub ich hab zwei Leute getötet. Auf wen hast du denn am Anfang geschossen, Dominik? Auf niemanden! Die Geist von der Finster kaputt geschossen! Ach so! Ja, weil du guckst da so raus, merkst gar nicht, dass ich komme, weißt du? Und irgendwann so schießt er dann. Hab ich natürlich gedacht... Ja, äh! Warum stand da gerade so voll groß Error dran? Äh... Das ist die Kaster. Das ist... Das war ne Impact Pistol. Die hast du wahrscheinlich nicht. Ich hatte noch nie nicht ne Textur, was ist das denn? Ach Peter! Endlich mal! Es gibt für alles ein erstes Mal. Oh ja! Auch für kein vorhandene Texturen. Wo nicht vorhandene Texturen, kein vorhandene hört sich doof an. Das passt doch zu dir. Ja, sehr gut. Eben. Die Deutsch passt ja gut zu dir. Habt ihr gesehen, dass es auf der Map auch Gegner gibt? Ja. Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Die Gegners! Wie vorhin, Peter, ne? Der Mammut. Ja klar! Der Mammut. Wer hat der Mammut gesagt? Bei S3 oder was? Peter? Ja. Bei S3? Nein, bei S4. Das war halt der Libanese. Ach ne, das war bei S3, Peter. Das war ein libanesischer Mammut. Der ist der Mammut, der heißt so. Ja, okay, ja okay. Stimmt. Weißt du, weißt du, was ich mein so? Also wer ist denn jetzt die Traitor? Weil ich bin definitiv inno. Dominik, lass das Zombie inno! Warum? Zombie ist auch dabei. Oh Gott! Zombie? Ich hab Zombie. Ich hab Zombie in der Hand. Fuck! Dominik, hilf mir! Da rennt mir! Oh mein Gott! Hilfe, ich hab mir das! Hilfe, ich hab mir das! Die kannst du töten! Dann schießt du auf dich! Das sind meine Pokémon! Auf den Täter, auf den Täter! Wo ist die ins Feed? Da ist das alles auf den Feed! Oh, das sind die Fee! Oh, wer ist denn hier? Komm, wer sitzt denn da oben? Was ist denn das? Ah, das Hypno. Er baut da irgendwie was zu mit seinen Kisten. Wie, der baut da was zu? Warum der Ted? Ich weiß es ja nicht! Kann man nicht durchschießen mit dem Zaun, ne? Ted, lass es nicht heben! Was ist denn hier los, Mann? Ich komm mal hier los! Scheiß Natur! Scheiße! Genau, überall muss der Stadt... Hehehe! Weiß einer! Ich lass mich gehen! Wo ab! Auf den Ted! Geh doch! Mein... Ach komm! Ich bin halt gut, ich schieß zweimal, dann ist der direkt weg! Ja, ja, ja! Wer schießt hier? Irgendwann kommt die Mama und... Da schießt wer... Dominik, Dominik, Dominik schießt er! Dominik hat geschossen! Ja! Auf wen? Auf uns, glaub ich! Ja, er schießt jetzt... Er schießt jetzt... Er schießt jetzt auf das! Klar, er schießt jetzt auf das! Ich glaub, der Dominik, wo ist es? Er schießt dann auf Hypno! Hä? Das bin ich wirklich nicht! Wofür ist denn dieser Knopf hier? Oh, da kann man nicht drauf drücken! Ich hasse das, wenn die so Knöpfe einfach... Hier, Dominik schießt! Hier, Dominik schießt! Hier, Dominik schießt! Ah! Bist du tot, Ted? Oh, fuck! Ich komm grad nach oben! Ich schmäh mich immer noch aus dem Grab! Nicht wie! Oh Mann! Hat der jetzt gewonnen eigentlich der Dominik? Lukar, komm mal! Ne! Ja, ich hab gewonnen! Ne! 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 Bei der deutschen Bundeswehr! Natürlich nur das beste! Was habt ihr? Wir haben kein Gewehr, wir haben nur Grupp-Stahl-Schläger! Wir brauchen keine ballistischen Waffen! Wir kommen einfach lange ran und knüppeln alle nieder. Und dann geht es weiter! Wir nehmen die Ultimate Fist! Genau! Außerdem haben wir den Ubersolder! Habt ihr doch bei Wolfenstein gelernt, oder? Den geht mit geil! Den Ubersolder! Den hast du da im Schrank stehen, Peter! Ich bin Ehno! Ich bin Detective. Ted, raus mit dem Pimmelmann. Kapuze, hi. Ich bin der Typ von Kapuze jetzt. Du bist der, okay. Dann bitte Urinprobe. Du bist jetzt der Typ von Kapuze? Da ist irgendwer gestorben. Ja, hier ist das Fass in der Luft gegangen. Hast du da drauf geschossen? Nein. Hier ist kein anderer. Da war es los. Kapuze war ein Detective und Shishiang hat ihn identifiziert. Da hat er den Peter umgebracht, weil er mich die ganze Zeit ja... Von wo hat der denn geschossen jetzt? Das war aber nicht das Peterle. Von wo kam das denn? Es war nicht das Peterle. Oh. Äh. Von wo kam das? Das war Peters böser, äh, Komplize. Ach, das ist auch. Ich muss mich kurz schleppen. Wo ist er denn? Irgendjemand muss noch über... Ist es wieder nur der Traitor und ich über? Nee. Nee, wer ist denn noch da? Wer ist gerade gestorben nochmal? Weiß ich nicht genau. Also, der Peter in Herminus sollte noch da sein eigentlich. Ich häng fest. Äh, Debitor kannst du mal als... Oder Kapuze, wenn du mal als Geist neben mich fliegen, damit ich mich raus teleportieren kann, weil ich häng fest. Das ist nicht so toll. Sorry. Müssen wir ausmachen hier. Wo ist denn hier jemand? Also, ich bin ja schon dumm, sag ich einfach mal, weil hier keiner mehr redet, aber... Was ist denn hier los? Warte. Hockt in einer Ecke los, raus mit euch. Wo ist denn da einer? Ich häng fest. Vielleicht, Peter. Ja, kein Ding. Wo ist er denn? Wo hängen da denn? Ich kann ihm auch helfen. Warum bewegen die sich nicht? Keine Ahnung. Emperinos. Ich bewege mich die ganze Zeit. Aber so der Rest nicht. Ah, jetzt. So. Warum? Du, warst du nicht der Letzte, der lebt? Ja, war er. Lol. Nein, nein. Der ist nicht bemerkt. Der Hypno. Ach, der Hypno war noch da. Der Hypno. Das ist wieder die Impact-Pistole. Okay, krass, ey. Was war das für eine krasse Waffe, so? Ja, die hat drei Schüsse, braucht aber extrem lang, um zwei zu schießen. Ich wollte Schaputzwurms Leibwächter sein, aber ist er direkt gestorben, bevor ich das Wort gefunden habe. Das ist nicht gut gemacht. Und dann habe ich euch gesucht und dann bin ich da hingelaufen und dann einfach das erste, was Peter sagt. Eno, äh, Dominik war es. Hat der auch sicherlich Unrecht. Oh. Ich bin fest in Einung. Und dann hatte ich einfach Angst, weil er doch gemeint hatte, du bist der Einzige hier. Und dann habe ich gesagt, ja, dann kann es nur Peter sein. Das machst du aber immer. Du machst immer so, oh, der hat gerade auf die Geschosse. Also, du killst den und dann bist du selber. Das machst du immer. Ja, es funktioniert ja auch immer. Ich weiß. Ja, wisch. Jetzt habe ich gesagt, ich habe mich schossen. Oh, nee, ich habe die nur angeschossen, weil der hat der Ding geschossen. Ich weiß wirklich nicht. Machst du immer. Hey, ich bin Innocent und schieße jetzt auf Menschen. Hey, ich bin der Detective. Was? Erstmal das Schieße. Da schießen. There's a new sheriff in town. Was? Was ist das gekriegt? Peter, was? Die Mütze hat nichts gesagt. Was, du bist bei Kapuze? Der schießt ja auf mich. Ja. Ja, ja, du bist bei ihm im Team, ne? What the fuck? Ja, ich habe nur gesagt, ich bin einer hintermännchen. Was ist los, Junge? Da ist eine Granate. Wer schießt, der schießt. Da ist gerade explodiert. Der muss ja von dir sein, oder? Nee, nee, nee. Ich bin über dir gewesen. Ich hätte mich. Das wäre ein bisschen auffällig, oder? Ich bin über dir, Junge. Was ist los, Junge? Da, aha. Okay, also ist es der Dominik schon mal nicht. Oh, der Peter ist wieder bei mir. Oh, Hilfe, Kapuze. Uh, uh, uh. Ja, ist bei mir. Du machst du mir Angst. Ich bin nicht. Schießt auf mich. Ja, ich sehe nicht, ob du jetzt auf mich schießt oder nicht. Bitte, tu es nicht. Nee, ich schieße nie auf dich. Okay. Komm, den Peter mal, den Kapuze. Soll ich mal zeigen? Okay, Peter, komm, ich zeig dir mein Kapuze. Schau mal, schau mal. Siehst du? Also, das ist der Hütner. Hüppler, komm weg. Oh, voll, komm. Granat hat er geworfen. Peter. Peter, ich zeig dir mal, den Kapuze. So, schau hier. Und was sagst? Geil. Schön, gell? Klein. Süß, hätte der Peter jetzt sagen müssen. Sehr ruhig. Niedlich. Wie so ein Hamster. Wie von einem? Hier wird das so groß und dick ist wie ein fetter Hamster. Das ist okay. Dann ist es okay. Dein Nommel ist es hier draußen. Und auch so haarig. Auch genau so. So ein bisschen. Ted ist bei mir. Kapuze. Ted. Da ist der Hypno. Der ist immer gefährlich. Auf den muss man immer aufpassen. Der Hüppler ist halt direkt headshotting. Immer so. Komm mal zu dir, Ted. Hau ab. Ich bin ein Leibwächter. Yeah. Ja, ja. Du willst mir den Kopf schießen. Deshalb hast du auch einen Sniper, ne? Ja, ich guck aber in die andere Richtung. Einen Sniperpenis. Hörstück. Oh shit, das sind schon wieder diese fliegenden Dinger. Die sind aber Zombies, der Mann. Ah, ist ja die. Ne, das sind keine Zombies. Dichtige Zombies. Aber wer schießt auf mich? Na, geht nicht. Dominik, warum schießt auf mich? Hey, ich hab auf die Headgriffs geschossen. Du hast auf mich geschossen. Der Dominik, ist it. Dominik hat auf mich geschossen. Wo waren Radarsache? Heilbrot, ihr sehn, ich töte die alle für dich. Dominik hat auf mich geschossen, ich sag's nur. Eida, die Headgriffs auf die Tops. Du, ich hab 20 AP verloren. Ja, weil ich dann dich getroffen hast, statt den Headcrap. Der war aber schon lange tot. Ich glaube nicht, der hätte mich längst töten können, der Hypno. Äh, Hypno ist er hier. Nein, nicht Hypno, der Kapuze. Ich hätte dich auch schon längst töten können. Hätte ich machen können, wäre nicht böse gewesen. Aber du triffst ja eh nicht, glaube ich, ne? Wo bist du denn? Ich komm hier, für den Trip hast du mich jetzt töten. Also, das ist böse. Doch, weil alle meinen, ich bin Traitor. Ja. Ja, bist du ja auch. Ja, dann komm ich jetzt und... Dann tötet ihn, wenn ihr euch so sicher seid. Ja, nee. Ich beschmutze meine Hände nicht mit unschuldigem Blut. Schießt das ja. Hier, ich war das. Komm los, töte mich. Hau ab. Töte mich. Ne, glaub ich nicht. Töte mich, töte mich, töte mich, töte mich. Ich hoffe auf mich zu schießen. Wer hat den denn jetzt weggeschrubbt? Wer hat den denn jetzt weggeschrubbt? Er ist tot. Der Kapuzenlum war das. Ne, ich war vor... Ne, 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 ne. Doch, der Kamer hat eine Schrotflintenladung angeflogen. Das war keine Schrot... Ne, ich hab nicht geschossen. Du bist doch behindert. Ich hab nicht geschossen. Ich glaub schon. Ich hab nicht geschossen. Ich bin doch selber gerade angekommen. Kannst du nicht der Detektiv, kannst ich mal schauen, wer es war? Ich hab Hypno im Blick. Ne, kein DNA-Sample ist da. Kein was? Wie funktioniert das eigentlich? Kein DNA-Sample. Okay. Kannst du auswählen, wenn du Detective bist. Wer ist denn jetzt noch da hier? Ich glaub Hypno und wir zwei, oder? Hypno ist tot. Nein, das ist uns gerade nicht gesagt. Achso. Achso, okay. Ist Hypno tot, dann töd dich kaputt. Nein, Hypno ist nicht... Warum? Du warst doch gerade... Du warst doch mein Freund! Ja, aber wenn du noch... Du da bist, so. Teddy ist auch noch da. Ja, ich bin Detektiv. Boah, war knapp. Da oben! Au, oh, Hypno. Ne, nicht Hypno. Kaputt, seit ich kaputt geschossen. Oh, jawoll. Oh, shit. Ich wusste das. Bist du behindert? Ich bin nach nicht. Ich hab das so aufgeregt, weil du das ohne Grund gesagt hast. Du hast das nicht gesehen, dass ich so... Doch, ich hab... Mit was hab ich geschossen? Ich hab... Mit einer Schroflinte. Das war keine Schroflinte, das war eine Silence AWP. Und deswegen hat es mich so aufgeregt. Hä? Aber da kam... Aber da kam auch noch ein Schroflintenschuss an. Ne, das war aber nicht ich. Weil ohne Scheiß, ich... Die sieht man ja so ein bisschen, weißt du? Das war aber nicht ich dann. Und das hat mich so aufgeregt. Du siehst auch die AWP-Schüsse. Ja gut, aber das ist... Ja, du hörst sie nur nicht. Aber Schroflint, die sind mehrere Schüsse. Hallo, Peter. Oh. Hoffentlich werde ich wieder Innocent. Ist viel besser. Peter und ich gehen in eine Rauchgranate. Hallo, Ted. Hallo, Ted. Rauchgranate zusammen. Hast du schon was vor, Peter? Hast du schon was vor, Peter? Hast du schon was vor, Peter? Reparing, man. Preparing. Hast du schon was vor, Peter? Bin Detective Peter? Na, ich nicht. Hau ab. Ich hab ich einen Vogel, ey. Mit der breit geschlagenen Nase. Was? Ja, der sieht so aus. Guck dir mal die Fresse von denen an. Du hast genau dieselbe. So, jetzt sagt mir jeder mal einen Namen von dem, wo er denkt, dass er Traitor ist. David, Ted, Ted. Das weiß ich ja noch nicht. Ja, egal. Sag einen Namen, wo du es denkst. Denominus. Ich glaube, ich kann nicht. Bis nur, sag du einen. Ich sag Hypnoses. So der Arsch. Okay, und Max, was sagst du, wer es ist? Der Shishi-Arnd. Peter. Ja, jetzt wurde jeder Name einmal genannt. Sehr gut. David, äh, Ted is it, Ted is it. Ne, Kapuzenwurm, definitiv. Ted is it. Kapuzenwurm, schieß auf mich. Ich hab gar nicht geschossen. Hast du wohl. Möchte sich jemanden umentscheiden? Hilfe. Nee. Ich muss rennen, der Kapuzenwurm rennt ballernd hinter mir her. Ich hab gar nicht mal geschossen, Leute. Der kommt, da ist er, da ist er. So, bitteschön. Gut. Ich hoffe, du lebst mit deinen schlechten Gewissen. Hä? Was denn? Ich hab nicht einmal geschossen. Hau ab. Wo ist der Peter? Peter ist gerade gestorben. Lol. Ne, der Kapu... Lol. Hallo? What the fuck? Der, der Nominus schießt auf mich. Ja, wenn du es nicht bist, dann... Wer lebt denn noch? Weiß ich nicht. Ich bin hier oben. Such die anderen unten. Oder so. Was ist denn da los, Mann? Die liegen da unten... Die liegen da unten auf dem Feld. Kannst du die mal untersuchen gehen, damit wir wissen, wer tot ist? Was? Ja klar, hallo? Ja klar, hallo? What the fuck? Ja, lol. Boah, das war knapp, ey. Was ist denn für eine Waffe? Impact Pistole. Das ist nett mal, Baby. Was ist denn für eine Waffe? Was ist denn für eine Waffe? Was ist denn das für eine Waffe, die da so explodiert, das Ding, meine ich. Hallo, Ted. Das war aber so perfekt, dass ihr beide einfach zu Davies Leiche gegangen seid. Ja, was ist denn für eine Waffe? Ich meine Waffe. Waffe. Ja, Waffe. Warum schießt du auf mich? Kommt denn hier raus. Ja, ja, ja. Ted, wo bist du? Komm her zu mir. Ich bin verliebt. Also die Map kann ich schöner bauen. Komm mal. Die ist ein bisschen kaputt, gell? Bau doch mal deinen Raum als Map nach für TTC. Nee, nee, nee. Wir müssen, wir müssen Debitos Castle nachbauen. Boah, lol. Das ist ja übelst geil. Das finden wir uns ja nie. Ja, stimmt. Sind diese Viecher die eigentlich in zweiter Falle? Ja. Debitos Castle müssen wir auch wieder machen. Stimmt, ist lange her. Was ist ein Stunstick? Ich hab das. Peter, komm mal her, ich hab nen Stunstick. Nee, du wirst nicht stunnen damit. Ich bin Detektiv. Oh, du bist Detektiv. Ich bin Detektiv. Dann ist das okay, wenn das war. Kapuzenwurm, du kannst damit nichts machen, also normal zuschlagen und rufen mit Rechtsdruck. Und was? Rechtsdruck ist rechterhoff, rufen wie in den Kommenbeinen. Was bringt das? Na, du kannst rufen. Komm mal denn nach oben. Was bringt rufen? Da ist ne Leiter hier. Debitos, hör mal. Hier, guck. Leiter. Lol. Hörst du mich? Ja. Irgendjemand ist da gestorben gerade, ne? Ach, hier ist ne Leiter. Und ich häng fest. Ich häng in der Leiter. Jetzt nicht mehr. Also, falls ihr in der Leiter hängt, müsst ihr einfach auf die Leiter E drücken, dann kommt ihr da runter. Wo sind die Scheiße gesetzt? Ein bisschen. Ah. Kann man hier hoch? Ja, wenn ich jetzt so rumlaufe, ist doch... Dann kann man hier so rum. Kaput, du bist doch da. Nee. Ja, ich bin doch da. Okay, dann schon, du bist jetzt tot. Nein. Muss ich doch die Chef beschützen, bin ja der Detective. Ich verstecke mich hier lieber. Ich dürfte das nicht. Ich habe Angst. Ah, dann kann man hier runterrutschen. Au. Krass. Da bin ich hier runtergeflogen. Ich habe Angst. Oh. Ist sie gestorben, Kapuze? Nein, ich lebe noch. Dann dürfst du es ja auch nichts mehr sagen. Ich lebe ja noch. Wie seid ihr denn? Kapuze, ich beschütze dich. Du beschützt mich? Ich kriege sie. Nein, wir sind doch nur noch da. Wurdest du gerade angeschossen, Baby? Ich glaube, Tett ist es. Ja, ich glaube auch, dass es Tett ist. Nee, ich glaube, ihr Kapuze. Ich glaube, ihr beide seid Tatt. Ich bin Detective. Ich bin Detective. Der ist der Kapuze. Und der Peter ist es nicht. Der hat sich sogar von mir schlagen lassen. Der Hüffner, der Peter, der Kapuzenwurm und besser noch. Sonst keinen haben wir, ne? Nee, der Hüffner, Leute. Dominik, ist auch so. Ich höre den Trick von Peter. Ich bin sein Assistent. Ich werde jetzt verschwinden. Ja, Dominik, das war, glaube ich, gerade ein Attentat. Kann das sein? Pass auf, guck. Und? Und? Wo ist die Rauchkanate? Warte. Ich bin schweißer, der verdammt. Warte, ich kann das besser. Guck, warte, guck. Ja, es sind noch drei Leute. Haben sie was? Ich habe nur Angst. Ich halte mich da fern von euch. So, warte. Komm, du steckst irgendwo mit einer Sniper an der Ecke. Ich glaube, Tett ist es, weil er nicht bei der Kopfschule ist. Hey, hey, Devito, komm. Andere Richtung, andere Richtung, Devito. Soll ich Tett töten? Okay, bin ich also hier der Outlaw, oder was? Nur, weil ich nicht so Mainstream bin. Kommt mal auf den Markt. Ah, Dev, Dominik, schießt auf mich, Dominik, schießt auf mich. Ey, Isis auch. Ich bin in, oh, der Isis, der muss jetzt sein. Ich bin schießwütig. Also, jeder, der jetzt jemanden beschuldigt, dann schieße ich sofort. Oh, da ist er, da ist er. Hey, Dominik, schießt auf mich. Ja. Oh mein Gott. Yesss. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017